Und im Schluss, da haben die Menschen mit ihm geredet, wie die Weltmeister. Menschen, die bestätigt sind, als Freunde von mir. Und dann, am Schluss, nach einer fünf schrittlichen Diskussion, sagte dieser Mann, dass ich die Wirtschaft im Lust, weil ich noch nicht mehr in Konzik was trinkt. Einmutter um die Folgen zu sehen, ist wichtig. Da habe ich mich nicht mehr in Konzik. Wenn ein Foto sind, es gibt mich noch nicht mehr in Konzik was, wenn Sie das anschauen. Er ist ein guter Problem, dass ich die Arbeit anst aber. Er hörte von mir und sagte mir in mein Zimmer. Ich habe mich wirklich wie gesetzt und wir haben wieder lange gesprochen. Und am Schuss habe ich gesagt, jetzt muss ich 10 Jahre haben. Er hat sich derart geöffnet, weil er den Respekt gespielt hat, weil ich auf sein Niveau runtergekommen bin. Ich bin kein Alkoholiker, aber ich kann trinken. Ich bin kein Alkoholiker, aber ich bin kein Alkoholiker. Ich bin kein Alkoholiker. Ich bin kein Alkoholiker. Ich bin kein Alkoholiker. dass er der Einworaussetz war immer der Verk SOUND die ich doch nie habe ich verrast dass er das in mich beim nächsten Mal und ich will mal nach ihre Reuju oder, dass er das noch im Moment dass er die cola hat nicht und dann die Frage, dass er die Leute die Partenenten der denn die Biotschaft dass er das in mich und dann will ich es heute bei der Zeit unter dem wie er die Frage, wo er hat die Leute Die spirituellen Verte sind extrem gute spirituellen Verte sind extrem extrem. Ich kann dir drei Angebote machen. Versuch mit Jesus selbst. Die spirituellen Verte sind mit Christus. Die spirituellen Verte sind extrem. Aber für mich ist es möglich. Alle anderen Verte sind in Rumänien. In Rumänien gibt es vielleicht die Menschen sehr gut. Und die spirituellen Verte sind. Die spirituellen Verte sind in Rumänien. Die Spirituellen sind in Rumänien. Denn als Fata-Simeon-Stab hat er wirklich seine speziellen Kinder übernommen, der ist vollkommen überlebtet. Also, Herr Pabezerkow hat ja eine. Also, Herr Pabezerkow hat ja eine. Vielen Dank. Als ich dort war, an Weihnachten kam eine junge Frau aus Berlin und dann kam ich zufrieden, zu uns fahrzehnt. Dann geht doch noch nicht gerade bei Nikolaus, ich frage ihn. Ich war mit dabei. Ich war mit dabei. Und ich war mit den Kindern. Ich war mit dabei. Und ich war mit dabei, dass die Kindheit nicht immer so sind. Das war doch nicht. Nein, ich bin so zufrieden. Aber ich bin hier, ich bin zu Hause, ich bin zu Hause. Ich bin so zu Hause, dass sie die Kinder Kinder haben. Also, das war Blu-Ehr, einmal Tabe Nikolaus, du hattest. Ist schon da, der Mont Blu-Ehr war noch nicht der Nikolaus. Kann man den Kurs und Klaus sagen? Ich bin die Kurs mit der Untertitelung.